Ein lustiger Wassermann wird das heute und zwar male ich da nur einen Kopf mit einer langen Nase, mal große Füße und dann sitzt der Wassermann in einer Pfütze, sozusagen in einer Wasserpfütze und der wird dann noch lustig mit einem lustigen Gesicht angemalt, der hat dann sein Wassermannzeichen noch in der Hand, hat eine wunderschöne Bademütze auf dem Kopf und so habe ich einen lustigen, einfachen Wassermann gezeichnet. Ihr könnt jetzt noch warten, bis das fertig ist, angemalt, ihr seht ja immer, ich mache meine schwarzen Linien überall ringsherum und dann wird das ja erst perfekt dadurch. Und innen noch reingeschrieben, dass man auch weiß, dass das ein Wassermann zeichnen soll. Es ist fertig, ganz schnell, ratzfatz. Das nächste Sternzeichen kommt dann demnächst schon und tschüss, bis zum nächsten Mal. Das erste Sternzeichen ist fertig, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020